Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache das Intro heute auch nur ganz kurz. Ich wollte nur sagen, ich konnte im Miss Germany Camp nicht vloggen, weil ja, irgendwie war mir nur unterwegs und es wäre auch irgendwann langweilig geworden. Deswegen dachte ich mir, melde ich mich zurück wieder mit einem Rezeptvideo. Und genau, heute gibt es drei Rezepte unter 300 Kalorien, die auch perfekt wie so ein Netflix-Abend sind, weil Henry, ich mache nämlich heute allen, dachte ich mir so, das wird super passen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Ich möchte euch zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.